Wie ist der Endbahnhof der Hermann-Hesse-Baden? Landrat Rieger und auch Verkehrsminister Hermann über eine dieselbetriebene Hermann-Hesse-Baden nachdenken. Eine Hermann-Hesse-Baden, die bis Renningen fährt, wäre eine Stärkung unseres Wirtschaftsstandortes. Die Beweblichkeit, die für Autofahrer selbstverständlich ist, sollte auch für diejenigen gelten, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen. So wird ein Mitarbeiter des Bosch-Vorausentwicklungszentrums aus Kalf nicht zweimal umsteigen, um zur Arbeit zu kommen. Er wird das eigene Auto nutzen. Deshalb unterstützen wir eine elektrisch betriebene Hermann-Hesse-Baden bis Renningen.